Diese phänomenalen vier Farbgele könnt ihr gerade mit über 30% Rabatt im Shop ergattern als Set. Was ist das genau, Quality Check-Tiegel? Ich erkläre es mal allgemein, weil da sind auch manchmal Modellagegele von betroffen. So, wir haben, ihr seht es hier gerade durchlaufen, wir haben ja immer Produktion. Wenn etwas leer ist, wie zum Beispiel diese vier Farbgele, wird natürlich nachproduziert. Also kurz vor Ende, ne? Das ist ja immer klar. Nicht, wenn es ganz leer ist, sondern kurz vor Ende. Dann wird nachproduziert und wenn nachproduziert wird, dann kommt es danach ins Lager, wird verräumt. Wir machen es aber immer so, dass wir von jeder Farbe einen Tiegel willkürlich rausnehmen, dort die Metallversiegelung entfernen, schauen, ob die Farbe in Ordnung ist, kein Pigment abgesagt, was auch immer. Und dann wird es sofort wieder verschlossen. Das wird nicht benutzt, gar nicht, sondern es wird nur sichtlich geprüft, weil die Rezeptur vorher natürlich schon immer in Prüfung ist. So, wenn das erledigt ist, könnt ihr sie danach zu diesem wahnsinnig vergünstigten Preis erhalten, obwohl überhaupt nichts dran ist, nichts fehlt oder Sonstiges. Also, das ist eine wirklich, wirklich tolle Sache. Und wems gefällt, der bestellt gerne. Sowas kommt immer mal wieder, also schaut immer in die Rubrik aktuell rein. Einen tollen Tag euch!